Ich begrüße zur Pressekonferenz nach dem Spiel des VfL Osnabrück gegen Türkgücü München Andreas Heraf, Trainer der Gäste hat. Auch heute das erste Wort. Bitte schon, einen Kommentar zum Spiel bitte. Ja, schönen Nachmittag zusammen. Ja, ich bin natürlich zufrieden mit dem Punkt. Ich habe gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft gespielt, die ich übrigens sehr, sehr sympathisch finde und der ich eigentlich zutreue und gönne, dass Sie am Ende der Saison ganz oben stehen. Da haben wir Ihnen leider jetzt zwei Punkte weggenommen, aber dennoch glaube ich, dass ihr das schaffen könnt. Ja, starke Mannschaft und gegen die Mannschaft hier einen Punkt zu holen ist für uns schon eine tolle Sache in der Situation, in der wir uns zusätzlich zum Sportlichen noch befinden. War ein Spiel, das klarerweise schon ein bisschen in der Hand von Osnabrück war, aber wir waren speziell zweite Hälfte dann in Gegenstößen immer wieder gefährlich. Und wie es im Fußball so ist, könntest du so ein Spiel auch sogar gewinnen. Aber wenn du dann 0-1 in Rückstand gerätst, für fünf Minuten vor dem Ende ist es normalerweise vorbei, dann lässt sich das eine Mannschaft fast nicht mehr nehmen. Meine Jungs haben noch mal alles riskiert, sind dann noch mal ein bisschen glücklich zurückgekommen und mit dem Ausgleich können wir natürlich sehr, sehr gut leben. Ja, ich bin natürlich total enttäuschend und unzufrieden auch mit dem Ergebnis. Ich glaube, wir haben versucht, hier zu jeder Zeit eigentlich auf ein Tor zu gehen. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, am Anfang schon zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, 1-0 in Führung zu gehen. In Summe auch acht bis zehn klare Torchancen. Man sieht Simakala eins gegen eins gegen Torwart. Simakala am langen Pfosten vorbei, Köhler, Haas, die Distanzschüsse, die beiden Kopfbälle von Bermann, der einen, den er den Torwart ankopft, den anderen, glaube ich, an die Latte, Heidi nach Querpass, Aaron und dann noch das 1-0, was sicherlich zu einem späten Zeitpunkt gefallen ist, aber dann doch gefallen ist und im Anschluss muss man natürlich so ein Spiel auch einfach gewinnen. Das ist das, was wir uns heute vorwerfen lassen müssen, dass wir das Spiel nicht nach dem späten 1-0 1-0 gewinnen oder 2-0 gewinnen vielleicht sogar. Die Situation, die zum 1-1 führt, muss man sagen, müssen wir deutlich besser verteidigen. Wir haben, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, das Ding zu klären und da müssen wir auch mal unkonventionell so ein Ding einfach über das Stadiondach schießen oder auf die Tribüne schießen, damit so eine Situation nicht weiter entsteht. Der Einwurf ist fast an der Eckfahne, wird dann natürlich irgendwie sechs, sieben Meter weiter vorne ausgeführt. Der Schiedsrichter unterbindet es nicht. Okay, aber trotzdem können wir die Situation noch verteidigen, zweimal. Und ja, das ist natürlich total bitter, weil wir heute die drei Punkte unbedingt haben wollten und mit dem späten 1-0, glaube ich, auch dann alles auf unserer Seite hatten. Und wenn man dann sieht, so in der 90. oder Nachspielzeit so ein Gegentor zu fressen, wo es darauf auf Kleinigkeiten ankommt, dann hat uns das schon im Pokal. In Freiburg war eine ähnliche Geschichte. Hinten raus 120. wo wir nicht ganz konzentriert waren. In Magdeburg, wo wir in der 90. das 2-1 bekommen, wo wir nicht ganz konzentriert waren. Und das sind entscheidende Dinge, weil wir da ja einmal natürlich im Pokal durchaus geschieden sind und jetzt auch schon ein paar Punkte haben liegen lassen, die wichtig und entscheidend sind in so einer Phase auch jetzt, wo wir uns gerade befinden. Wir werden unsere zwei englischen Wochen hervorragend krönen können mit dem Dreier heute. Dementsprechend tut es weh, heute für den Moment so 1-1 zu spielen. Aber in zwei oder drei Tagen werden wir dann auch, glaube ich, wissen oder wieder uns vor Augen führen, dass wir zwölf Punkte aus sechs Spielen jetzt geholt haben und da auch insgesamt, glaube ich, auf einem ordentlichen und guten Weg sind. Euch weiter alles Gute in den nicht ganz so einfachen Situationen und eine gute Rückreise. Dankeschön. Ich glaube, ich stelle zwei Fragen. Ja, wenn man vorher zwei Spiele verliert und keinen Punkt holt und hier bei einer sehr, sehr starken Mannschaft einen Punkt holt und dann war es besser als zuletzt und somit ist es auch aufgegangen. Ja, klar, ich habe dem einen oder anderen eine Chance gegeben, der vorher ganz wenig oder überhaupt noch nie Spielzeit hatte. Also wir hatten ein paar Debütanten drinnen und ein paar, die ganz, ganz wenig gespielt haben. Darum hat man auch gemerkt, dass ihnen die Spielpraxis fehlt und sie am Ende ein bisschen Probleme mit der Luft hatten. Aber die Leistung, die sie gebracht haben, war wirklich ansprechend und die Energie, die sie mitgebracht haben, war auch sehr, sehr gut. Beidens, wie wir wollten sie wieder eingebieten, wenn sie zumindest auf den Beinen ziehen und warum ist die Alp oder Kajak in der Hand? Alpi ist nicht dabei, weil mit der U19, wo ja auch Trainer der U19 ist, ein Spiel hat in München. Ich glaube in München oder auswärts, das weiß ich jetzt nicht. Und bei den Jungs war es ganz einfach so, dass wir in unserer Situation auch beschlossen haben oder auch eigentlich nur noch noch mit 16 plus 2 auf die Spiele fahren wollen. Und somit war eigentlich kein Platz mehr da. Ich wollte eigentlich Serjan Sareräher noch in den Kader mitnehmen, aber der war aufgrund einer Krankheit dann auch nicht verfügbar und somit waren es die, die heute da waren. Ich glaube, dass das wenig mit fehlenden Körnern zu tun hat, wenn du in der letzten Minute so ein Ding schlafmützig verteidigst. Das ist ein runder Ball, nochmal an der Eckfahne. Und die Situation endet hinten mit dem Gegentor. Und da müssen wir uns einfach cleverer anstellen. Wir haben auch viel Erfahrung auf dem Platz in dem Moment. Wir haben den Moment auf unserer Seite, führen 1-0 durch ein spätes Tor. Und ich erwarte einfach, dass wir uns in so einer Situation cleverer anstellen. Da muss man auch mal unkonventionell sein, einfach das Ding wegknallen. So, und dann gibt es den nächsten Einwurf und dann holen wir uns den nächsten Ball oder schlagen ihn wieder weg in so einer Phase. Das ist jetzt, wie gesagt, das dritte Mal, dass wir das schon erlebt haben und etwas, was wir definitiv besser machen müssen. Ja, gut. Flo hat ein bisschen müde gewirkt in Duisburg. Wir kriegen beide Gegentore so ein bisschen über die Seite. Da war es wichtig, dass wir halt nochmal auch einen frischen Spieler bringen, der auch natürlich von der Körpersprache, von der Zweikampfführung einfach sehr präsent ist. Und Hase hat immer gut trainiert. Ich habe das ja auch immer öffentlich betont. Und war auch einfach mal dran. Herr Herrert, Sie sind ja heute Buchstärken mit dem letzten Aufgebot hier angereist. Heute Morgen war verschiedentlich zu lesen und die Kollegen schrieben von disziplinarischen Maßnahmen, dass verschiedene Spieler zu Hause gewesen sind. Sie haben dementiert. Das sind rein sportliche Gründe. Es ist tatsächlich so oder was ist dort vorgefallen? Nein. Das waren wirklich rein sportliche Gründe. In unserer Situation, wo wir uns befinden, ist es ganz einfach notwendig, dass Du wirklich Dein letztes Hemd gibst und wirklich mit aller Qualität und allem Macht, die Du zur Verfügung hast, ganz einfach in die Spiele gehst, um da unten rauszukommen. Und wir haben jetzt zwei Spiele, die wir auch gewinnen hätten können. Wir haben in Freiburg in der 85. noch geführt und haben dann auch trotz Schiedsrichterentscheidung, das ist auch völlig egal, haben wir das Spiel dann noch verloren. Und da hatte mir die letzte nötige Konsequenz gefehlt. Und das sind rein sportliche Entscheidungen. Und ich habe mir von den Jungs, die jetzt hier waren, und ich sehe das nicht als das letzte Aufgebot, sondern das waren die Jungs, die ganz einfach lange Zeit hinten angestanden haben. Und jetzt haben sie die Chance, vorneweg zu gehen. Und das haben sie heute gezeigt. Und darum weiß ich jetzt, und das ist das Schöne, dass ich auf die Jungs setzen kann. Und die haben ihre Sache gut gemacht. Wie schwer ist es sich, von diesem Damockelschwert, das über Typische schwebt, mit der Insolvenz, um möglicherweise die Saison nicht zu Ende zu spielen, die Jungs trotzdem immer wieder auf solche Aufgaben vorzubereiten? Ist ganz schwierig. Also ich kenne die Situation auch nicht. Ich hatte die Situation selber einmal als aktiver Spieler bei einem kleinen Verein in der ersten österreichischen Liga. Und da wusste ich, dass die Stimmung damals ganz schlecht war. Und deshalb habe ich mich daran erinnert. Und das war hier jetzt ähnlich. Und das war auch der Grund, was ich den Jungs gesagt habe. Also ich bin keinem böse, wenn er sagt, er will nicht mehr. Weil es natürlich eine extreme Belastung ist. Man kann es sich kaum vorstellen. Die Jungs haben Familie. Natürlich verdienen die auch ganz gutes Geld. Aber dennoch ist es schlimm, wenn so eine Situation eintritt. Und es ist psychisch brutal belastend für alle. Ich bin ein bisschen älter als die Jungs. Für mich ist es einfacher als für die Spieler. Dennoch ist es auch für mich eine Ohrfeige. Ich war auch die ganze Woche schlecht drauf und die Jungs müssen noch Leistung bringen. Also es ist nicht einfach, die Jungs bei der Stange zu halten. Aber ich habe ihnen auch klar gesagt, es geht gar nicht anders. Was sollen sie tun? Sie müssen sich interessant machen und interessant halten für neue Vereine im Sommer. Weil das die wahrscheinlichste Variante ist, dass sie im Sommer Fußball weiterspielen beim anderen Verein. Und das können sie nur über gute Leistungen. Und ich denke, dass der eine oder andere Verein natürlich ganz genau schauen wird, welche Spieler bei Tökücü unterwegs sind. Um die vielleicht dann im Sommer zu verpflichten. Und wenn du dann nicht Gas gibst oder wenn du dich gar nicht mehr spielen möchtest, dann bist du nicht auf dem Markt und dann wird es schwer für dich. Und darum geben die Jungs ganz gut Gas. Auch wenn es schwierig ist und das freut mich. Wir reden jetzt von Ihren Jungs. Was treibt Sie an? Oder was gibt Ihnen die Motivation nicht davon zu tun? Ja, was treibt mich an? Ich bin natürlich Fußballtrainer oder Fußballer mit Leidenschaft. Und das ist mein Leben. Und ich habe mich dazu entschieden, hier zu Tökücü zu gehen. Ich wusste natürlich auch, dass es kein einfacher Verein ist. Ich wusste aber nicht, was kommen wird. Und ich sehe es jetzt ganz einfach nach dem Motto so mitgehangen, mitgefangen. Das heißt, ich habe mich für die Geschichte entschieden. Und die ziehe ich auch so lange durch, solange man mich braucht und möchte. Und ich habe jetzt zu Hause sowieso nichts anderes zu tun. Also gebe ich nachher mein Bestes. Und es macht Spaß. Natürlich auch, wenn es dem Trainer, dem Kollegen hier keinen Spaß macht. Aber wenn so eine junge Truppe mit einem Debutanten hier einen Punkt holt, dann gibt das Auftrieb. Das macht Freude. Ich bin stolz auf die Jungs. Und die haben sich bedankt, dass sie eine Chance gekriegt haben. Und das sind Dinge, die auch viel wert sind. Danke. Ja, ich will damit mich für beiden Trainern. Und das ist ja jetzt auch wirklich gut für die Begründung. Und ich möchte mich für die anderen Seite sagen, Das war mir unsere Aufgabe. Und das ist ein sehr gut. Zwei Jahre alt sind. Und die Preise auch nicht übernommen, wir haben mich für die Zwei Jahre gekommen, Und das wird alles bekannt.